Musik 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 Wir sind also die, die den Drink präsentieren, die ich heute den ganzen Abend sehe und noch nicht einmal den Drink in der Hand hatte. Und das, obwohl Annemarie das Kleid passend zu der Dose hat. Das kann ja bitte kein Zufall sein. Musik Ich darf kein Koffein trinken. Ich habe einen seltenen Herzfehler. Aber es schlägt noch. Musik Wie lange dauert es noch? Wie lange hast du noch? Was glaubst du? Nein, verarscht! Musik 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 Ganz GZSZ trinkt dieses Zeug schon, denn ihr habt im Eingangsbereich jetzt fünf Palette stehen. Ich habe angerufen und habe gesagt, ja, ich brauche unbedingt im Studio Energydrinks und schick mir doch ein bisschen was zu. Und dann kam eine Palette nach der anderen und das ist dann immer so. Und ich sage immer, keiner geht an meine Dosen. Niemand geht an meine Dosen. Ich sehe dann immer so im Catering die Leute an mir vorbeilaufen mit den Wamba-Dosen. Ich so, ey, das ist meine. Musik Musik Also ich mag ja sonst nicht so Energydrinks, ehrlich gesagt, aber da das sehr nach Grape schmeckt, ähm, gefällt mir das sehr, muss ich sagen, ja. Musik Boah, der schmeckt wirklich geil und das sage ich nicht, weil ich das jetzt eigentlich sagen muss, sondern weil es wirklich so ist. Es ist wirklich so, der schmeckt wirklich geil. Seh mich mit. Musik 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 Schwächere Musik Vielen Dank.